Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt ein Video an von einem der neutralsten Menschen der Welt und zwar der IT-Camper. Der hat ein Video gemacht, hier sogar in den Text, Shoyoka Kone vor Alpha Kevin, der hat ein Video gemacht mit dem Titel Gibt es Grenzen in einer Auseinandersetzung? Shoyoka, wie Konflikte gefährlich werden? Ich weiß, er wollte sich eigentlich auch ein Stück weit da zurückhalten, aber er macht das sowieso immer sehr sachlich, sehr neutral. Ich mag auch die Videos und die Ansichten von dem IT-Camper, weil er das halt mit einer Art rüberbringt. Erstmal kannst du nicht böse sein und zweitens ist das wirklich super sachlich. Sowas gucke ich mir auch sehr gerne an, weil da kannst du auch noch mal ein bisschen was mitnehmen und dir auch noch mal ein Bild machen. Wir sehen das Leute, die eigentlich von der Thematik sonst gar nicht so viel vielleicht Ahnung haben, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, da gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen uns das mal an. Es wäre so schön, wenn es immer einen Ausweg durch Reden gäbe. Junge, was ist das denn? Das ist stark. Da war aber jemand böse. Da war aber jemand böse. Junge, fast die Hand gebrochen von dem alten Mann. Manchmal haut das aber auch einfach nicht hin. Kleiner Spoiler vorweg, ich spreche in diesem Video wieder als auf... Spoiler, komm neben, respektlos am besten. Kleiner Spoiler. Warte, es war letztens jemand bei Höhle der Löwen und da gab es so ein Produkt, das hieß Star. Das hängst du in so eine Toilette rein. In die Toilette rein, dann wird so dieser Spülkasten mit sauber gemacht. Und der Mann, der es vorgestellt hat, hat die ganze Zeit gesagt, das ist doch Star. Star, die ganze Zeit Star. Da dachte ich mir auch so, Respektlos, Spoiler, Star. Wir müssten das S mehr betonen einfach. Fänger über Shoyoka, Alpha Kevin, HuchenTV und den Boys Club. Das wollte ich eigentlich nicht mehr tun, wirklich nicht. Aber besser als in diesem Beispiel kann man die Grenzen der guten Kommunikation gar nicht mehr illustrieren. Ich persönlich kann mich an keine vergleichbare Auseinandersetzung hier auf YouTube Deutschland erinnern, die so lange und verbittert geführt wurden. So verbittert, okay. Na, wobei, so verbittert, jetzt ist die Frage. Drachenlord ist schon eine Sache, die ich, das kannst du, glaube ich, nicht überbieten, auch von der Länge her. Also da muss es jetzt viele, viele Jahre gehen. Es gab mal eine verbitterte und lange Beef-Situation zwischen ABK und KuchenTV. Aber die war dann irgendwann, die hat sich so ein bisschen, da kam so jede Woche mal ein Video dann irgendwann. Oder alle zwei Wochen mal ein Video. Aber bei Shoyoka ist es ja nun wirklich, da kommt ja fast täglich was. Und das ist halt wild. Mit dem Drachengame rund um Rainer Winkler würde ich es nicht vergleichen, auch aus diversen Gründen. Durch die Art und Weise der Auseinandersetzung polarisiert dieses Thema derart, dass die jeweiligen Communities so dermaßen mit einbezogen worden sind, dass dies manchmal fast schon verschwörische Züge angenommen hat, wie ich persönlich es finde. Das ist vielleicht etwas hart formuliert, aber so nehme ich es wahr. Wo endet Kommunikation? Kann sie überhaupt enden? Und was sagt die Art und Weise der Auseinandersetzung über die einzelnen Bubbles aus? All das will ich mit euch in diesem Video möglichst unabhängig behandeln. Was halt wild ist, ist, wenn sich eine Person es mit allen verscherzt, dann muss man sich manchmal reflektieren und sich die Frage stellen, ist man vielleicht selbst dran schuld und auch das Problem? Oder sind die ganzen anderen, mit denen du es dir verscherzt hast, sind die das Problem? Und fahren die halt eine antifeministische Kampagne? Mittlerweile sogar ja Freiraum Reh und Carina Pusch und sogar sämtliche Frauen, die da plötzlich gegen sich selbst arbeiten. Aber das muss man sich auch immer mal so ein bisschen in Gedanken rufen, ob man da nicht selber irgendwann vielleicht ein bisschen das Problem darstellt. Das nur als kleiner Gedankenansatz zuvor. Und soll ich euch was sagen? Ich freue mich drauf. Oh nein, er freut sich eigentlich nicht drauf. Er freut sich vielleicht drauf, dass er ein gutes Thema hat, aber ansonsten auf den Scheiß sich drauf zu freuen ist schwer. Ich freue mich gar nicht drauf, das jetzt zu sehen. Mein letztes Video zu diesem nun fast zwei Jahre andauernden kommunikativen Clusterfax sollte eigentlich den Abschluss für... Zwei Jahre? Anderthalb. Es geht seit dem anderthalben Jahr. Zwei Jahre lassen wir uns hier nicht anhängen. Und ein halbes Jahr haben wir ja komplett übersprungen, dementsprechend wir sind nur ein Jahr dabei. ... dieses Thema auf diesem Kanal darstellen. Und es fällt mir auch aus diversen Gründen nicht leicht, hier das Fass wieder aufzumachen. Eigentlich wollte ich jetzt ein Video zum Thema Persönlichkeitsmodelle machen. Und das mit einem richtig professionellen Thumbnail und allem drum und dran. Doch mir ist es wichtig, ein paar persönliche Dinge noch loszuwerden, da ich denke, dass hier in dieser Situation seit einiger Zeit Grenzen überschritten werden. Grenzen, die nicht in Ordnung gehen. Worum geht es im Kern bei dem Thema Shuyoka vs. Rest? Das werde ich in diesem Video nicht behandeln. Außerdem hast du dann immer jemanden, der sagt, nein, du hast das oder das vergessen. Verständlich irgendwie bei tausenden Videos und Statements zu dieser ganzen Auseinandersetzung. Ihr findet aber auch hier auf YouTube wirklich genügend Videos, auch unabhängig der direkt beteiligten Antagonisten dazu. Der Militärethiker Karl von Clausewitz prägte das auch aus kommunikativer Sicht sehr interessante Zitat. Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und ebenso von ihm überliefert ist das Zitat, der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Doch was hat das alles mit Kommunikation und diesem Fall zu tun? Und was lernen wir daraus für den täglichen Umgang miteinander? Das schauen wir uns im folgenden Nerd-Kapitel zu den Grenzen der Kommunikation mal an. Wenn ihr alleinig an meiner Meinung zum aktuellen Konflikt interessiert seid, dann skippt das einfach. Und danach gehen wir mal in die konkreten Beispiele rein und schauen diese uns an. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Grenzen der Kommunikation. Leute, man lernt, dass das Gute ist beim IT-Camper. Man lernt auch Dinge, die man davor sonst so nicht mitbekommen hätte. Aufgezeigt anhand von YouTube-Themen. Wichtig und richtig. Dieses Video hat ja den Titel Grenzen der Kommunikation. Ja, hier. Hass Lambuck schreibt gerade, bei ABK und KuhnTV war es immer ein Hin und Her gewesen. Auch über eine längere Zeit. Aber wenn kein Video über den anderen kam, war der Beef gefühlt wieder beendet. Und KuhnTV hat auch ABK-Videos gelobt, wenn die gut waren. Auch während sie Beef hatten. Das Ding ist, wäre ja hier auch der Fall. Dass man sagt, okay, Aussagen, die man verstehen kann und die man nachvollziehen kann, die werden halt auch gelobt oder werden halt auch positiv erwähnt. Ist halt, hier finden kaum Aussagen statt, wo man sagen würde, okay, nachvollziehbar. Und das hebt man jetzt mal lobend hervor. Also zumindest jetzt mir gegenüber kam jetzt noch nicht eine Aussage, wo ich sagen würde, okay, die ergibt irgendwie Sinn und die trifft doch auf mich zu. Und da ist ja wirklich viel Stoß erzählt. Deswegen ist das dann natürlich auch schwierig, da auch mal zustimmend zu wirken. Der Titel ist zugegebenermaßen etwas irreführend, denn Kommunikation hört bekanntlich ja nie auf. Jede Interaktion, egal auf welcher Weise, ist Kommunikation. Das rangiert von Schweigen und Ignoranz bis hin zu schadhaftem Verhalten. Jede Handlung sendet eine mehr oder weniger klare Botschaft. Warum rede ich also in diesem Video überhaupt über die Grenzen der Kommunikation? Naja, wenn wir Kommunikation als Grundlage für gegenseitigen Kompromiss aus einer sozialen Brille bezeichnen, dann gibt es dort Grenzen, die es verhindern, dass es überhaupt zu einem Kompromiss kommen kann. Oder um uns einfach mal auf das Zitat von Klausewitz zu beziehen, ist es vertretbar, überhaupt mit allen Mitteln zu kommunizieren? Diese Frage geht gegebenermaßen etwas ins Philosophische und behandelt im Kern die Entscheidung, wie weit man selbst als Person gehen möchte beim Umgang mit anderen Menschen. Welche Grenzen kann man sich selbst setzen? Doch kann man diese Grenzen überhaupt für sich selbst setzen? In der Regel ja. Nur weil jemand etwas behauptet, ist es ja nicht zwingend notwendig, darauf immer reagieren zu müssen. Viele denken, man muss auf jedes empfundene Störfeuer auch eine Reaktion folgen lassen. Und alleine die Reaktion darauf birgt ja das Risiko der Eskalation in der Kommunikation. Und genau ab da wird es spannend. Und da ist aber die Frage, was wird denn behauptet? Und wenn direkte Lügen über einen behauptet werden, dann ist es natürlich klar, dass es eine Reaktion gibt und die Reaktion wird auch nicht positiv auffallen. Ich bin sicher, viele von euch haben schon eine kommunikative Eskalation erlebt. In dem vorigen Video habe ich das behandelt, daher erstmal nur in Kürze. Das Drehbuch ist so gut wie immer gleich. Die Auseinandersetzungen beginnen mit gegensätzlichen Auffassungen, gehen in den Streit über und ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es in jeder Auseinandersetzung einen Tipping Point, aus dem aus einer normalen Auseinandersetzung eine Eskalation wird. Spätestens dann, wenn eine Seite versucht, mit allen Mitteln einer Auseinandersetzung auch unter dem Preis der wirtschaftlichen oder sozialen Vernichtung zu gewinnen, sind genau die ethischen Grenzen erreicht, die dann entweder persönlich überschritten oder respektiert werden. Sehr häufig endet eine Auseinandersetzung dann entweder mit der Vernichtung einer Partei oder sogar mit dem Untergang beider beteiligter Parteien. Gerade wenn solche Konflikte in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, verlieren die Antagonisten ja auch Ansehen oder radikalisieren sich in ihren eigenen Communities. Erschwerend kommt dann noch hinzu, je weiter die beiden Parteien auseinanderliegen, umso polarisierender wird der öffentlich ausgetragene Diskurs. Es wird erwartet, irgendwie eine Seite zu wählen, sich für eine Ansicht zu entscheiden, auch wenn man selbst eine eher differenziertere Ansicht hat. Und damit verbreitet sich eine Auseinandersetzung weit über die Grenzen der eigenen Sphären hinweg. Wo liegen dann die Grenzen einer guten Kommunikation, die verhindert, dass man in einer Eskalationsspirale immer weiter voranschreitet? Das wiederum ist einfach zu beantworten. Man sollte es tunlichst vermeiden, sein Gegenüber zu vernichten, gering zu schätzen oder sogar die Familie seines Gegners in einer Auseinandersetzung mit einzubeziehen. Respekt. Ja, wenn es, wenn es, also das ist halt genau das, was für mich persönlich auch die größte Quatschsache ist bei solchen Sachen. Am Ende des Tages ist es das hier Internetstreitigkeit. Oder sind das Internetstreitigkeiten? Aber das, was daraus gemacht wird, ist mittlerweile eine private Angelegenheit, wo man versucht, das Privatleben von Menschen zu zerstören. Ja, oder wo man versucht, auch das finanzielle Leben von jemandem zu zerstören. Hauptsache, man kann jemand auf persönlicher Ebene so angreifen, dass jemand ernsthaft darunter leiden muss. Und ich finde es auch nicht gut, wenn gehasst wird, ja. Ich finde es auch nicht gut, wenn eine Shoyoka gehasst wird, wenn sie Drohungen abbekommt, wenn sie Beleidigungen abbekommt, wenn sie Hate erfährt, finde ich auch nicht gut. Aber gleichzeitig finde ich es aber auch nicht gut, wenn man Werbepartner anschreibt, wenn man das Gleiche natürlich auch bei der anderen Seite macht. So generell, dann lass doch einfach Kritik üben, gerne auf beiden Seiten, damit hat niemand ein Problem. Also ich persönlich habe damit kein Problem, Kritik zu erfahren, auch von der Shoyoka. Aber wenn ich dann hören muss, dass über mich gesagt wird, ja, Alpha Kevin ist gefährlich für die Demokratie und die Begründung ist absolut an den Haaren herbeigezogen oder sie sagt, ich hätte das Swatting relativiert im Sinne von, ja, Meppo soll sich nicht so anstellen, dann sind das halt einfach nur Lügen und das lässt mich ja komplett falsch darstellen oder aussehen. Ich bin halt, habe ich nie so gesagt, würde ich auch nie so sagen und dementsprechend wird dann halt einfach gelogen und dann kommt es halt nicht nur zu Missverständnissen, sondern haben Leute ein komplett falsches Bild von mir, obwohl ich eigentlich gar nicht so bin. Ich bin auch gar nicht so eingestellt. Angefangen hat es damit, ich habe ein Video zu der Gronkh-Thematik gemacht, meines Erachtens nach komplett legitim. Also ist auch ein komplett legitimes Thema gewesen, wo ich auch komplett sachlich neutral, ja, ich sage nicht nur neutral, natürlich bist du auch subjektiv als Meinungsblocker, aber natürlich habe ich das eingeordnet und kritisch eingeordnet. Dann wurde schon gesagt, ja, man ist mit einem Anwalt dran. Ich habe da auch noch nichts bekommen, aber okay. Man ist dann mit einem Anwalt dran. Dann mache ich einen Stream und wurde dann einfach gestriket. Nachdem ich ein Video gemacht habe und einen Stream gemacht habe und wollte aufs KuchenTV-Video reagieren oder habe aufs KuchenTV-Video reagiert, da wurde ich gestriket. Das ist eine sehr deeskalierende Sache, muss man sagen. Anstatt, dass man sagt, okay, er reagiert ja auf KuchenTV, er ist relativ sachlich, auch in seinen Videos, auch gegenüber Shoyoka. Anstatt, dass man sagt, okay, da gibt es wenigstens Leute, die jetzt nicht nur draufhauen im Sinne von einfach haten, beleidigen und so weiter. Ja, wurde ich halt praktisch als das Ziel genommen, um einfach meine Kanäle zu zerstören. Ob das Strikes sind, ein Strike ist ja direkt durchgegangen, extrem viele Datenschutzbeschwerden und später kamen sogar Journalisten und haben meine Werbepartner angeschrieben. Also irgendwo ist das auch nicht mehr verhältnismäßig zu dem, was ich gemacht habe. Guckt bitte gerne meine ganzen Videos an und schaut euch an, wie beleidigend ich bin und wie viel Hass ich denn verbreite. Dann werdet ihr es auch merken, dass das alles Käse ist. Oder dass es echt Quatsch ist, was da teilweise auch in diesen Mails geschrieben wurde. Also das ist brutal. Und das Problem ist, diese Konsequenzen, die daraus entstehen können, wäre, man verliert Werbepartner und mit Werbepartnern verdient man ja sein Geld. Und wenn du die verlierst, verdienst du halt kein Geld mehr. Das ist dann halt problematisch. Und das ist halt genau das, was jetzt hier angesprochen wird, wenn das halt in das Private geht. Und das geht für mich persönlich ins Private, wenn du versuchst, da rede ich jetzt nicht direkt von Joyoka, sondern von Leuten, die Joyoka unterstützen möchten, wenn man dann versucht, Werbepartner anzuschreiben. Absolut ekelhaft. Und wenn ich weiß, von wem das geschrieben wird, da gibt es ein Anwaltsschreiben. Fertig aus. Weil das nichts anderes als Rufmord. Vor allem, weil es einfach nicht stimmt, was da geschrieben wird. Voller Umgang miteinander. Ihr wisst schon. Und es ist auch klar, du schaffst dir selbst keine Grundlage, wenn du zu persönlich wirst. Wenn du ohne Rücksicht auf Verluste angreifst. Und genau das passiert seit einiger Zeit in der Auseinandersetzung zwischen Joyoka und den anderen beteiligten Personen. Schauen wir uns das einfach mal so ein bisschen mal genauer an. Einige Grenzüberschreitungen. Abfahrt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die einzelnen Grenzüberschreitungen zu nennen, wäre vermutlich niemals vollständig. Daher hier einfach ein paar Beispiele in der Auseinandersetzung. Ich will hier nicht minutiös alle Dinge auflisten, nur diejenigen, die mir aufgefallen sind und die aus meiner Sicht und für mein Empfinden her absolut grenzüberschreitend waren. Eine Aussage von KuchenTV blieb mir im Gedächtnis herften. Und zwar äußerte er die Aussage, Joyokas Tränen seien sein Kleidmittel. Kuchen hat zwar eine Bitte nach Entschuldigung geäußert und auch das entsprechende Video heruntergenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Die Aussage ist ihm allerdings von Joyoka wohl nicht verziehen worden. Joyoka erwähnt. Ja, das Problem ist, habe ich so den Eindruck, dass sobald du einen Fehler machst, wird das auch nicht verziehen. Da kannst du dich entschuldigen, da kannst du versuchen zu sagen, okay, nee, ich nehme das runter, war falsch von mir gewesen. Das wird nicht verziehen. Wenn du einen Fehler vor zehn Jahren gemacht hast, dann wird dieser Fehler vor zehn Jahren rausgeholt und dann wird das immer noch kritisiert. Aber wenn das mal andersrum ist, ja, wenn man zum Beispiel sagt, ey, Meppo hat vor zehn oder vor zwölf Jahren extrem misogyne Tweets oder Facebook-Posts rausgehauen, dann wird gesagt, ja, er hat sich ja geändert. Ja, oder dann sagt Meppo, ich habe mich ja geändert. Also, nee, in den zehn Jahren habe ich mich geändert, in den zwölf Jahren. Aber wenn das bei einem KuchenTV ist, der auch nicht mehr irgendwelche Lieder macht über einen Islamismus oder über, nee, über einen Islam, über Christentum, was weiß ich, die vielleicht grenzüberschreitend sind oder irgendwelche Witze bringt, die viel zu weit gehen, wenn er sich da ändert und sagt, nee, hier, ich distanziere mich davon, sorry, das ging nicht, ja, dann ist KoneV trotzdem immer noch genauso. Dann ist es immer noch genauso übrigens. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, man hat so das Gefühl, man kann sich entschuldigen, wie man mag, man kann auch Fehler eingestehen, ja, es wird aber ignoriert und dann wird gesagt, ja, der ist trotzdem übel kritisch. Das ist sehr, sehr schade, ja, weil dann wird einem gar nicht die Möglichkeit gegeben, sich zu bessern. Er erwähnte dies schon einige Male in ihren Streams und aus dem Kontext lässt sich herauslesen, dass sie dies durchaus persönlich getroffen hat. Generell gehen solche Aussagen natürlich niemals fit. Einerseits würdigst du so die Verzweiflung einer anderen Person herunter und andererseits bringst du das Ganze dann noch in einen sexuellen Kontext. Anspruch auf die Annahme einer Entschuldigung. Ja, ist auch richtig. Also ich finde, die Aussage, was er hier gerade zitiert hat von KuchenTV oder indirekt zitiert hat, finde ich auch absolut daneben, ja, auch viel zu trüber. Das ist nun mal so, ja, also die Aussage von KuchenTV mit diesem Gleitgeer, das ist viel zu viel gewesen. Äh, das Ding ist, du kannst dich da entschuldigen, wie du willst, das wird trotzdem nicht angenommen. Also zumindest habe ich den Eindruck, dass es nicht angenommen wird. So übrigens niemand. Und gerade bei solchen Grenzüberschreitungen ist es schwer, eine gemeinsame Basis zu finden. Huchen distanziert sich übrigens von dieser Äußerung inzwischen. Ungeschehen machen kann man diesen Satz dadurch allerdings auch nicht. Umgekehrt dazu gab es aber auch Aussagen von Shuyoka gegen Kuchens Sohn. Und diese Aussagen mündeten darin, dass Kuchen Besuch vom Jugendamt bekam. Wer genau jetzt das Jugendamt informiert hat, das geht auch gar nicht. Vor allem mit welcher Begründung eigentlich, weiß das jemand? Weiß jemand, was für eine Begründung es gab, dass man, äh, dass man das Jugendamt zu KuchenTV geschickt hat? Also jetzt mal Realtalk, das ist weit grenzüberschreitend. Also, niemals gibt es dann einen legitimen Grund, weil bei KuchenTV, so, also, was sieht man denn bei ihm? Dass er Ausflüge mit seinem Sohn macht, dass er was unternimmt mit ihm, dass er in Urlaub ist mit seinem Sohn. Was ist das denn? Also, man sieht ja, dass er sich nicht, nicht um ihn kümmert, sondern er kümmert sich offensichtlich sogar gut darum. Also, ich finde das sehr, sehr ehrenlos. Wirklich sehr, sehr ehrenlos. Und das ist wirklich peinlich, dass man das Jugendamt einschaltet, weil ich weiß selber aus Erfahrung, ich habe ja auch mit dem Jugendamt zusammengearbeitet, als ich als Erzieher war. Das ist eine absolute Frechheit, das zu machen, weil das Jugendamt brutalst überfordert ist, ja. Es sind viel zu wenig Jugend, oder viel zu wenig Leute eingestellt bei diesen Jugendämtern. Die haben wirklich, die sind komplett überbelegt. Teilweise muss sich eine Person um 60 Familien kümmern, was eine Person niemals schaffen kann, weil du im Monat theoretisch zu 60 Familien gehen müsstest. Das funktioniert einfach nicht. Und, so, da haben die schon ihre Probleme. Und wenn du dann noch mit solchen Spaß-Sachen, wenn du dann noch Leute zu, beispielsweise jetzt Kuchen-EV einfach fälschlicherweise schickst, das geht gar nicht. Weil da leiden dann wieder andere Familien drunter und andere Kinder drunter. Das ist, finde ich, sehr, sehr traurig. Das ist unklar. Und, und das checken die Leute nicht, dass die Jugendämter schon so oder so genügend Probleme haben, aber sich dann noch mit der Scheiße auseinanderzusetzen, finde ich, geht echt zu weit. War es Shuyoka selbst oder jemand aus ihrer Community? Für die Grenzüberschreitung ist das vollkommen egal. Unbeteiligte Personen in einen Konflikt direkt anzugreifen, um den Gegner zu treffen, ist genauso abzulehnen. Es ist nicht das erste Mal, wo Kuchen Besuch vom Jugendamt bekam. Im Jahr 2022 war das Amt schon mal bei ihm. Damals wegen angeblicher Sicherheitsbedenken in seiner Wohnung. Geschickt hat das Jugendamt laut Aussage von Kuchen übrigens seine damalige Ex China. Egal, wer es in diesem Fall auch war, der den Besuch des Jugendamts veranlasst hat. Zu versuchen, Eltern ihre Kinder wegzunehmen, rangiert im Tableau der Widerwärtigkeiten relativ weit oben. Zumindest, wenn dabei nicht das Kindeswohl, sondern die Befriedigung niederer Gefühle im Vordergrund steht. Gefällt es euch übrigens, wenn ich... Ich stehe hinter China. Naja, das ist gut. Ich feiere das. Also warte, was war zuerst Spo... Ne. Was war denn zuerst? Nicht Spoiler. Hat er Spoiler gesagt? Was war denn das nochmal? Das erste Wort. Und jetzt China. Ausdeck. Aber wenn ich das sage, dann schreibt auch jeder China rein. Wenn ich sage China, dann sagt jeder China. Alles klar, einfach Kevin. der Meta-Ebene anhand konkreter Beispiele mir anschaue. Wenn ja, dann schenkt mir gerne einen Daumen in nördlicher Richtung und abonniert diesen Kanal. Was haltet ihr eigentlich von diesem ganzen Thema? Es ist bis jetzt ein gutes Video gewesen. Haut es gerne, respektvoll, unten in die Kommentare. Aber selbst die einzelnen Bubbles untereinander gehen grenzüberschreitend gegeneinander vor. So erlebte der User Meppo, der Shuyokas Umfeld zuzurechnen ist, unlängst einen Swatting-Vorfall. Ihm wurden also Einsatzkräfte der Polizei und... Junge, er... Boah, scheiße. Wirklich, ich stehe null dahinter und finde das absolut scheiße. Aber er... Also, das ist vom Zeitpunkt her auch einfach falsch, mir da eine Teilschuld zu geben, was er hier macht. Mein Dank geht raus an Alpha Kevin für die Feindmarkierung. Junge, er hat Lehrenfrau gestrikt und nach dem Strike an Lehrenfrau wurde er gesortet. Nicht nach meinem Video und wegen meiner Feindmarkierung. Das ist die größte Frechheit, mir das mit vorzuwerfen. Wirklich. Also crazy. Wirklich. Auf allen Dingen... Ach, da brauchst du nichts mehr zu sagen. Ich hab vorhin schon gesagt, dass mir dann irgendwie unterstellt wird, dass ich das relativiert hätte von der Shoyoka, ist eh noch die größte Frechheit hinterher, aber das sehe ich... Das kann sich keinem erzählen. Einem unwahren Vorwand auf den Hals gehetzt. Sowas ist natürlich auch in jeder Beziehung unsinnig. Einerseits ist es potenziell sehr gefährlich und andererseits binden die Personen, die dieses Mittel nutzen, missbräuchlich Einsatzkräfte an einem falschen Ort, obwohl sie auch anderweitig eingesetzt werden könnten. Und oft passieren solche Einsätze aus der Anonymität heraus. Zu verurteilen sind sie auf jeden Fall. Was ebenso grenzüberschreitend ist, wenn du versuchst, anderen Leuten ihre Existenz zu nehmen. Das ist so geschehen beim Streamer und YouTuber Alpha Kevin. Ey, wir haben es geschafft, das Video. Der Twitch-Kanal wurde aufgrund vorgiblicher Copyright-Verletzungen via DMCA offline genommen und er kam erst nach zwei Tagen wieder online dort. Dabei blieb es aber... Ja, das war wirklich krass. Also da wurde ich einfach gestriked und danach ging es mir richtig schlecht einfach. Die Streams danach bis jetzt sind unfassbar schlecht. Ich hatte sonst immer so einen Peak im Stream von so 700, 800 Zuschauern. Mittlerweile ist es immer so ein Peak bei 1500 oder so. Jetzt haben wir gerade 1200 Zuschauer knapp. Nee, es ist wirklich... Also seit... Also er hat mich nachhaltig extrem Hops genommen, der liebe Ascaron beziehungsweise die liebe Shoyoka. Ja, aber trotzdem alles, was danach noch passiert ist und dieser Wille, mich ständig zu striken, ist sehr, sehr ehrenlos. Das muss man trotzdem weiterhin sagen. Alpha Kevin erhielt auch einen Strike gegen einen seiner YouTube-Kanäle, ohne dass eine Klärung mit ihm zuvor versucht worden wäre. Strikes gefährden die Existenz bei ihm. Danke, geht raus an Meppo an der Stelle. Danke für den Strike. Wie gesagt, ich gehe dagegen vor. Also der Anwalt ist da schon drin. Oh, das ist traurig, Mann. Weißt du, ich sage immer, ich mache nichts mit Anwälten und so. Jetzt muss ich mir zweimal hintereinander, ja, nebenbei läuft das, ja, zweimal mit einem Anwalt muss ich da kommen. Das ist doch scheiße. Aber ja, guck mal, ich meine, da geht es halt wirklich auch um was. Deswegen hier lohnt sich das. Aber es ist halt trotzdem mies, weil man ist jetzt gerade eigentlich dabei mit dem Hauskauf und so weiter. Da passt mir das jetzt nicht so in den Kram, aber was willst du machen? Ich meine, da geht es wirklich einfach auch um die Existenz. Muss man einfach so sagen. Denn ein Creator kann maximal zwei Strikes haben. Ab dem dritten Strike sind alle seine Kanäle weg. Diese vier einzelnen Beispiele sind bei Leibe nicht Ah, nee, nicht nur der betroffene Kanal. Ab dem dritten Strike sind alle seine Kanäle weg. Ich glaube, der Kanal, also die Kanäle, die mit der gleichen E-Mail-Adresse verbunden sind. Und mein AlphaCAM Plus Kanal ist mit meinem Hauptkanal verbunden. Bedeutet, man würde mit dem AlphaCAM Plus Kanal, wenn du da drei Strikes reindrückst, würdest du auch meinen Hauptkanal mit wegstriken sozusagen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, da sind dann die zwei Kanäle auf jeden Fall weg. Und mit den anderen weiß ich gar nicht, ob ich dann überhaupt noch was machen dürfte. Weiß ich nicht. Kanäle weg. Also das bedeutet, das ist sehr existenzbedrohend. Diese vier Einzelbeispiele sind beileibe nicht erschöpfend. Es gibt noch viele weitere Beispiele von Grenzüberschreitungen. Und auch wenn ich dies hier in der Anzahl als gleichwertig darstelle, es ist augenfällig, dass viele der Grenzüberschreitungen hier eher von einer Seite beziehungsweise Community kommen. Konkret hier die Community rund um Shoyoka. Ebenso klar ist aber auch, dass dies nicht die ebenfalls erfolgten Grenzüberschreitungen auf der anderen Seite entschuldigt. Klammern wir mal die genannte Vernichtung oder Zerstörung einer oder mehrer Seiten mal aus. Was wären dann mögliche Wege, diesen Konflikt überhaupt noch zu beenden? Wie komme ich aus so einer verfahrenen Situation wieder heraus? Da gibt es mehrere Varianten. Eine davon sieht so aus. Shoyoka orientiert sich an Bibis beziehungsweise Bianca Heineckes rechtfertigen Entschuldigungspost und nimmt sich durch eine Entschuldigung komplett aus dem Spiel. Sie räumt die Vorwürfe mehrerer Influencer gegen ihre Art Hallo, aber wie soll sie denn das machen? Da müsste sie ja einen Fehler eingestehen. Da müsste sie ja selber sagen, ja, ich habe mich reflektiert. Aber sie macht ja alles richtig. Sie macht ja alles richtig und dementsprechend würde es dieses Statement wahrscheinlich nicht geben. ...der Auseinandersetzung ein und gibt sich geschlagen. Und auch wenn diese Option sehr einfach aussieht, ist sie trotzdem eine der unwahrscheinlichsten Varianten, um die Auseinandersetzung zu beenden. Immer wenn Leute von sich aus sehr von einer Sache überzeugt sind, wird es schwer, das Ruder herumzureißen und gegen die eigenen Überzeugungen zu handeln. Egal, ob diese objektiv zutreffend sein mögen oder auch nicht. Man unterliegt hier gerne dem Confirmation Bias, also dem Vorurteil der eigenen Meinung. Wenn man recherchiert, dann nur, um die eigene Meinung zu bekräftigen. Oder wenn man Aussagen der Gegenseite sich anhört, hört man nur das raus, was man raushören oder interpretieren möchte. Eine andere Variante wäre, wenn Shuyoka beispielsweise das Thema für sich selbst komplett beenden würde. Keine weiteren Streams mehr zu dem ganzen Thema, keine weiteren Stellungnahmen mehr zu den Aussagen anderer Personen in diesem Kontext. Ja, guck mal, sie könnte ja immerhin mal den Kreis langsam beschränken auf ein, zwei Leute, wo sie halt Bock hat, sich mit denen zu biefen. Aber sie erweitert das Ganze ja regelrecht. Also ich höre ziemlich oft die Namen Gronkh, Rezo, KurenDV, Jay Riddle, Alpha Kevin, mittlerweile glaube ich sogar auch Kevin Itzin und wieder mal, wen haben wir noch so? Carina Pusch, Freiraum Rehe. Da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge mehr Leute. Da gibt es glaube ich noch ganz viele Leute, die man damit ranhängen könnte. Also der Kreis ist ziemlich groß und das sind alles, ja genau, Lehrenfraus, Geroz, Tobias Huch, ja, 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 da kommen noch mehr. Also der Kreis ist ziemlich groß und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man jetzt mit so vielen Leuten Stress hat, ist das wirklich eine antifeministische Hetzkampagne oder ist das berechtigte Kritik, weil eine Partei auch immer wieder Anschuldigungen trifft, die nicht stimmen, ja, oder Dinge behauptet, die auch nicht stimmen. Auch Dinge über, einfach random Sachen auch über mich behauptet, was absolut nicht stimmt. Damit blieben zwar die Fronten, wie sie bisher sind. Leute, die gegen sie eingestellt sind, bekommen sie so nicht mehr auf ihre Seite, aber sie könnte die Auseinandersetzung zumindest so versuchen zu beenden und die Worte anderer auf die Probe stellen, nämlich keinen Content mehr zu machen, wenn nichts von Shuyoka mehr kommt. Auch diese Option erscheint mir aufgrund meines Eindruckes als sehr unwahrscheinlich, höchstens wenn ihr das Geld für Gerichtsprozesse ausginge. Eine andere Variante könnte darin bestehen, das Thema totlaufen zu lassen. Also einmal andersherum gedacht, wenn KuchenTV und andere einfach nicht mehr auf die Aussagen von Shuyoka reagieren und hinter den Kulissen die Streitigkeiten ausfechten, dann würde A die passive Reichweite für Shuyoka sinken und B das Interesse der das Drama verfolgenden Personen langsam über die Zeit einschlafen. Ich denke auch, wenn jetzt jeder aufhören würde, denke ich schon, dass es das eindämmt. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da nimmt man ihr ja jede Möglichkeit, dass es irgendwie gepusht wird, gehypt wird, weil ich denke, das ist ja nur noch der Grund, weshalb sie so viel dazu sagt, dass sie auch davon profitiert. Das Problem ist, selbst wenn du versuchst, nichts weiter zu machen, habe ich das Gefühl, dass im Hintergrund trotzdem Dinge passieren, die nicht geil sind. Siehe zum Beispiel dieses Werbepartner-Anschreiben und so, weil man ist dann automatisch mit drin in diesem Boys Club oder was auch immer und dann ist man praktisch abgeschrieben und dann muss man oder dann geht man oder gehen dann Leute zu Firmen und schreiben dann die Firmen an. Was die Sache dann ja wieder zum Aufkochen bringt. Aber naja, da weiß ich auch nicht, von wem das alles ausgeht, aber wenn es sogar schon Journalisten machen, da graut es mir sowieso. Da weiß ich, was bei den Menschen alles in ihrer Freizeit abgeht. Das setzt aber voraus, dass auch hier Leute über ihren eigenen Schatten springen. Ein KuchenTV beispielsweise auch für sich die Entscheidung trifft, das Thema für sich zu beenden, ungeachtet der Auswirkungen auf seine Klicks und Einnahmen. Und richtig funktionieren würde das alles sowieso nur, wenn die Hauptakteure der Gegenseite sich darin einig wären, also Kuchens Beispiel folgen würden. Zumindest Alpha Kevin hat hierzu hier schon eine teilweise Entscheidung gefällt. Ein weiterer Weg wäre die Einbeziehung einer nicht im Konflikt direkt beteiligten Partei, um eine gemeinsame Kommunikationsstrategie zu finden. Das setzt aber voraus, dass der grundlegende Wille, das Thema zu beenden, bei allen da ist. Ist eine Seite immer noch im Fight-Modus, dann scheidet eine solche Option auch aus. Sehr vielversprechend scheinen alle Optionen nicht zu sein aktuell. Doch was denke ich jetzt im Fazit über das ganze Thema? Also ich kann nur an der Stelle sagen, wenn Shoyoka sagt, sie erzählt keine Scheiße mehr über andere und sie lässt es jetzt komplett damit, wäre ich komplett raus. Dann ist das Ding für mich durch. Aber genauso auch, wenn ihre Bubble und ihre Supporter da mitmachen. Dann wäre das für mich auch komplett gegessen. Aber wenn dann einfach random wieder irgendwas kommt, was so komplett dämlich ist und was einfach nicht stimmt und wo man mir Dinge vorwirft, die absolut gar nicht gehen, dann ist es halt, natürlich äußere ich mich auch dazu. So, und ich sehe da auch irgendwie nicht den Wille, dass man versucht, auch mal relativ sachlich daran zu gehen. Mir würde es zumindest bereichen, wenn man das versucht, auf einer sachlichen Ebene rauszuhauen. Aber irgendwie bei Shoyoka sehe ich das irgendwie nicht, dass man da versucht, sachlich das Ganze darzustellen. Mir war es persönlich wichtig, dieses Video zu diesem Thema noch zu machen. Das war eine bewusste Entscheidung trotz meines letzten Videos. Einfach um auszudeuten, dass es in diesem Konflikt auf beiden Seiten gravierende Grenzüberschreitungen gegeben hat oder gibt. Und dass diese das Maß der gesunden Kommunikation und vor allem der Menschen... Ja, aber wenn man jetzt mal so sieht, ist vor allem die Grenzüberschreitungen bei den Communities oder bei Leuten, die es komplett übertreiben. Nicht direkt bei den Influencern, wobei ich da auch einiges sehr kritisch sehe, muss ich sagen. Aber besonders bei Leuten, die einfach komplett Bock haben. Zum Beispiel dieses Swatting geht einfach gar nicht. Das mit dem Jugendamt geht einfach gar nicht. Man weiß jetzt nicht, wer dahinter steckt. Aber solche Sachen geht einfach gar nicht. So, dass es da Leute im Hintergrund gibt, die da so eine Scheiße machen, fühle ich absolut null. Weder bei uns noch bei denen. Und die befeuert das natürlich nochmal sehr, sehr krass, dass sich die Fronten immer mehr verhärten. ...überschreiten. So, aber natürlich auch bei Influencern im Sinne von jo, wir striken jetzt Person XY einfach mal weg. Das geht genauso wenig. Ich weiß nicht, seit wann das normal ist, dass man das unter Influencern, unter Creatern so macht, ohne drüber gesprochen zu haben, einfach mal einen Strike raushauen. Das ist so mit das Ehrenloseste, was du machen kannst. Aber da sieht man ja, wer möchte die Eskalation oder wer möchte nicht die Eskalation? Wer versucht es auf einem normalen Wege zu klären und wer versucht es direkt über Strikes zu klären? Oder wer versucht direkt mit einem Anwalt dagegen vorzugehen, anstatt das mal außerhalb des Anwalts zu klären? Da muss man halt einmal gucken. Familien anzugreifen, um Leuten zu schaden, ist nicht in Ordnung. Gegner wirklich hart anzugreifen mittels grenzüberschreitender Sprüche ist ebenfalls nicht in Ordnung. Zu versuchen, Leuten die Lebensgrundlage zu entziehen, ist nicht in Ordnung. Andere Leute mittels falscher Anschuldigungen die Ordnungskräfte auf den Hals zu hetzen, ist nicht in Ordnung. Wie schön wäre es zu sehen, wenn eine Seite hier über ihren eigenen Schatten springen würde und er versorgen könnte, das Thema zu beenden. Denn sonst, glaube ich persönlich, haben wir noch lange nicht das Ende der Fahnenstange in diesem Konflikt erreicht. Es wird noch zu weiteren Polarisierungen in den Communities kommen. Und vielleicht nimmt irgendwann jemand durch diesen Konflikt noch mehr Schaden als aktuell sowieso schon. Und dann bleibt nur noch an den Militärethiker Klausewitz aus... Ja, das Problem ist... Also ich habe so das Problem und das merkt man ja, dass sich das Ganze immer mehr radikalisiert. Also dass so der Blick immer schlimmer wird. Dass es nicht mehr auf einer stellenweise Unterhaltungsebene passiert, dass man sagt, okay, jetzt hat man sich's angeguckt, jetzt lächelt man drüber, weil es echt lost ist. Sondern Leute nehmen sich das dann wirklich zu Herzen und fucken sich dann brutal drüber ab und versuchen da Dinge zu machen, wo ich jetzt auch sagen würde, ey, in meiner Freizeit würde ich das jetzt nicht machen. Aber natürlich gibt's das auch im Sinne von, ne, wie zum Beispiel jetzt hier Strikes oder hier komm, ich geh gleich mit dem Anwalt dagegen vor. Hier gibt's natürlich auch Leute oder auch Influencer, wo ich sag, alter, vielleicht mal ein bisschen runterfahren, vielleicht mal ein bisschen entspannen. Aber ich mein, man sammelt ja stellenweise auch Spenden, um dann mit dem Anwalt, um mit diesen Spenden Anwälte zu bezahlen, damit man Leute vielleicht ankacken kann. Oder abmahnen kann oder was weiß ich, was da der Sinn und Zweck dahinter ist. Fühl ich auch nicht. Aus dem Intro zu denken und dessen Aussage für unsere Zwecke leicht abzuwandeln. Krieg ist nur eine Fortsetzung der Kommunikation mit anderen Mitteln. Doch wie in jedem Krieg wird es dann weitere Opfer geben. Seelische und vielleicht auch körperliche. Und dann wäre ein Level des Ausmaßes erreicht, welcher der des Drachengames bei weitem überschralen würde. Damals war es simpel, Hater gegen Drachenlord. Das hier ist größer, viel, viel größer. Wollen alle Beteiligten und deren Communities das wirken? Ja, das Problem, also das Ding ist, bei Drachenlord, gut, ich war da nie im Game, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber du hattest halt wirklich einen gegen alle. So, bei Shoyoka gibt es ja trotzdem noch eine Handvoll Leute, die sehr laut sind und wo man dann auch versucht, der anderen Seite auf privaten Wege viel, ja, so gut es geht, zu schaden. Ja, oder beziehungsweise finanzielle Grundlagen so ein Stück weit zu zerstören. Diese Auseinandersetzung bis zum bitteren Ende durchfechten? Das war meine persönliche Meinung und mein Appell an die Community hier in YouTube. Ich wünsche mir tatsächlich für alle Beteiligten, dass hier bald Ruhe einkehrt. So, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video hier gefallen. Wenn das so war, schenkt dem Kanal hier gerne ein Like und ein Abo. Und vielleicht schaut ihr ja auch mal bei uns auf Twitch vorbei. Ich streame zweimal die Woche, da können wir uns dann auch direkt austauschen, auch in angenehmer Atmosphäre. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch angenehme Tage euer IT-Camper. Ich möchte allen Kanalmitgliedern danken für ihren Support. Danke, dass ihr den Kanal so außerordentlich Ey, liebe geht raus. Wirklich, IT-Camper macht immer sehr, sehr sachliche und gute Videos, wo man sich dann eigentlich auch mal hinterfragt, okay, jo, wie schaut denn eigentlich die Lage aus? Und ich gebe ihnen da auch recht. Ja, also ich finde auch das Verhalten von Community-Mitgliedern, äh, ja, mit Gliedern, ja, mit Gliedern stellenweise viel zu übertrieben. So, wo ich mir so denke, ey, fahrt euch runter, ihr macht's eigentlich nur noch schlimmer. Anstatt, dass sich die Lage dadurch bessert, wird's ja nur noch krasser, nur noch schlimmer, ne? Ähm, und vor allem schadet's einfach auch nur, ne? Also, da wird man nie einen richtigen Weg finden können, ja, wenn es dann so weitergeht. Aber ein sehr gutes Video, gute Worte gefunden. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Dort kommt ihr zum Video von dem lieben IT-Camper. Lasst doch ein Abo da für die 6.000, ja, macht die gern voll. Ähm, und lasst hier auch gern ein Like da, lasst auch hier gern ein Abo da für die 110.000 Abos. Würde ich mich auch sehr freuen. Äh, als Algorithmus-Kommentar schreiben wir mal, schreiben, wir schreiben, danke in die Kommentare. Michi, super. Wir schreiben danke in die Kommentare, ne? Danke an, äh, Mepo und Ascaron für den Support. Ich bedanke mich, äh, für den absoluten Zusammenhalt, ne, in der Spoiler und der respektlosen Community hier und ich wünsche euch noch was. Haut rein und steckt dann ein Spänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao, ciao.